Ich habe bis jetzt gelebt, wie ich gemalt und gedichtet habe. Das heißt, ich bin nie weit über die Grundierung, den Plan, den ersten Akt, die erste Strophe gekommen. Es gibt nun einmal solche Menschen, die alles anfangen und doch nie mit etwas zu Ende kommen. Und ein solcher Mensch bin ich. Aber was schwatze ich da? Zur Sache. Ich liege in meinem Fenster und finde das Nest, in dem ich verzweifle, eigentlich unendlich poetisch. Das Haus, in dem ich wohne, steht in einer Art Park oder Wald oder Wildnis, wie man es nennen will, und ist sehr einsam. Es wohnt niemand darin als ich, eine Witwe, die Hausfrau Madame Tartakovska, eine kleine alte Frau, die täglich älter und kleiner wird, ein alter Hund, der auf einem Beine hinkt, und eine junge Katze, welche stets mit einem Zwirnknoll spielt. Und der Zwirnknoll gehört, glaube ich, der schönen Witwe. Sie soll wirklich schön sein, die Witwe, und noch sehr jung, höchstens 24 und sehr reich. Sie wohnt im ersten Stock und ich wohne ebener Erde. Eigentlich interessiert mich die schöne Frau dort oben sehr wenig, denn ich bin in eine andere verliebt, und zwar höchst unglücklich verliebt, denn meine Geliebte ist von Stein. Im Garten, in der kleinen Wildnis, befindet sich eine graziöse kleine Wiese, auf der friedlich ein paar zahme Rehe weiden. Auf dieser Wiese steht ein Venusbild von Stein. Das Original, glaube ich, ist in Florenz. Diese Venus ist das schönste Weib, das ich in meinem Leben gesehen habe. Das will freilich nicht viel sagen, denn ich habe wenig schöne Frauen, ja überhaupt wenig Frauen gesehen, und bin auch in der Liebe nur ein Dilettant, der nie über die Grundierung, über den ersten Akt hinausgekommen ist. Diese Venus ist schön, und ich liebe sie, so leidenschaftlich, so krankhaft innig, so wahnsinnig, wie man nur ein Weib lieben kann, das unsere Liebe mit einem ewig gleichen, ewig ruhigen, steinernen Lächeln erwidert. Ja, ich bete sie förmlich an. Welcher Zufall! Ein Mann, der mit Fotografien handelt, spielt mir das Bild meines Ideals in die Hände. Es ist ein kleines Blatt. Die Venus mit dem Spiegel von Tizian. Welch ein Weib! Ich will ein Gedicht machen. Nein, ich nehme das Blatt und schreibe darauf Venus im Pelz. Du frierst, während du selbst Flammen erregst. Hülle dich nur in deinen Despoten, Pelz. Wem gebührt er, wenn nicht dir, grausame Göttin der Schönheit und Liebe? Lieben, geliebt werden, welch ein Glück! Und doch wie verblasst der Glanz desselben gegen die qualvolle Seligkeit, ein Weib anzubeten, das uns zu seinem Spielzeug macht, der Sklave einer schönen Tyrannin zu sein, die uns unbarmherzig mit Füßen tritt. Ich nahm das Frühstück in meiner Geistblattlaube. Um Gottes Willen, da kommt unsere Hausfrau. Sie ist über Nacht wieder etwas kleiner geworden und dort oben zwischen den grünen Ranken und Ketten wieder das weiße Gewand. Ist es Venus oder die Witwe? Diesmal ist es die Witwe, denn Madame Tartakovska knickst, untersucht mich in ihrem Namen um Lektüre. Ich eile in mein Zimmer und raffe ein paar Bände zusammen. Zu spät erinnere ich mich, dass mein Venusbild in einem derselben liegt. Nun hat es die weiße Frau dort oben, samt meinen Ergüssen. Was wird sie dazu sagen? Ich höre sie lachen. Lacht sie über mich? Vollmond, es zieht mich hin zur Wiese, zu ihr, meiner Göttin, meiner Geliebten. Die Nacht ist kühl, mich fröstelt, die Luft ist schwer von Blumen und Waldgeruch, sie berauscht. Heer und leuchtend ragt das Venusbild. Doch was ist das? Von den marmornen Schultern der Göttin fließt bis zu ihren Sohlen ein großer dunkler Pelz herab. Ich stehe starr und staune sie an, und wieder fasst mich jenes unbeschreibliche Bang und ich ergreife die Flucht. Ich beschleunige meine Schritte. Da sehe ich, dass ich die Allee verfehlt habe und wie ich seitwärts in einen der grünen Gänge einbiegen will, sitzt Venus, das schöne, steinerne Weib, nein, die wirkliche Liebesgöttin mit warmen Blute und pochenden Pulsen vor mir auf einer steinernen Bank. Und aus ihren Augen treffen mich zwei diabolische, grüne Strahlen. Und jetzt lacht sie. Ich flüchte weiter und muss immer wieder nach wenigen Schritten Atem holen und dieses spöttische Lachen verfolgt mich durch die düsteren Laubgänge, über die hellen Rasenplätze, in das Dickicht, durch das nur einzelne Mondstrahlen brechen. Ich finde den Weg nicht mehr. Ich irre umher, kalte Tropfen Perlen mir auf der Stirne. Endlich bleibe ich stehen und halte einen kurzen Monolog. Nun, man ist ja immer sich selbst gegenüber entweder sehr artig oder sehr grob. Ich sage also zu mir, Esel. Dieses Wort übt eine großartige Wirkung, gleich einer Zauberformel, die mich erlöst und zu mir bringt. Ich bin im Augenblicke ruhig. Vergnügt wiederhole ich, Esel. Ich sehe nun wieder alles klar und deutlich. Da ist der Springbrunnen, dort die Allee von Buchsbaum. Dort das Haus, auf das ich jetzt langsam zugehe. Da, plötzlich noch einmal, hinter der grünen, vom mondlich durchleuchteten, gleichsam in Silber gestickten Wand, die weiße Gestalt, das schöne Weib von Stein, das ich anbete, das ich fürchte, vor dem ich fliehe. Mit ein paar Sätzen bin ich im Hause und hole Atem und denke nach. Nun, was bin ich jetzt eigentlich? Ein kleiner Dilettant oder ein großer Esel? Ein schwüler Morgen. Die Luft ist matt, stark gewürzt, aufregend. Ich sitze wieder in meiner Geistblattlaube. Ein Frauengewand. Da ist sie. Venus. Aber ohne Pelz. Nein. Diesmal ist es die Witwe, und doch, Venus. Oh, welch ein Weib. Wie sie dasteht im leichten, weißen Morgengewande und auf mich blickt, wie poetisch und anmutig zugleich erscheint ihre feine Gestalt. Sie ist nicht groß, aber auch nicht klein und der Kopf mehr reizend, pikant als streng, schön, aber doch, wie bezaubernd, welche Weichheit. Welcher holde Mutwille umspielen diesen vollen, nicht zu kleinen Mund. Die Haut ist so unendlich zart, dass überall die blauen Adern durchschimmern, auch durch den Musselin, welcher Arm und Busen bedeckt. Wie üppig ringelt sich das rote Haar. Ja, es ist rot, nicht blond oder goldig. Wie dämonisch und doch lieblich spielt es um ihren Nacken. Und jetzt treffen mich ihre Augen wie grüne Blitze. Ja, sie sind grün, diese Augen, deren sanfte Gewalt unbeschreiblich ist. Grün, aber so wie es Edelsteine, wie es tiefe, unergründliche Bergseen sind. Sie bemerkt meine Verwirrung, die mich sogar unartig macht, denn ich bin sitzen geblieben und habe noch meine Mütze auf dem Kopfe. Sie lächelt schelmisch. Ich erhebe mich endlich und grüße sie. Sie nähert sich und bricht in ein lautes, beinahe kindliches Lachen aus. Ich stottere, wie nur ein kleiner Dilettant oder ein großer Esel in einem solchen Augenblicke stottern kann. So machen wir unsere Bekanntschaft. Die Göttin fragt um meinen Namen und nennt mir den ihren. Sie heißt Wanda von Dunajev und sie ist wirklich meine Venus. Aber Madame, wie kam sie auf den Einfall? Durch das kleine Bild, das in einem ihrer Bücher lag. Ich habe es vergessen. Die seltsamen Bemerkungen auf der Rückseite. Warum seltsam? Ich habe immer den Wunsch gehabt, einmal einen ordentlichen Phantasten kennenzulernen. Der Abwechslung wegen. Nun, sie scheinen mir nach allem einer der tollsten. Meine Gnädige, in der Tat, sie haben sich heute Nacht vor mir gefürchtet. Eigentlich, allerdings, aber wollen sie sich nicht setzen. Sie nahm Platz und weidete sich an meiner Angst. Denn ich fürchtete mich jetzt bei hellem Tageslichte noch mehr vor ihr. Ein reizender Hohn zuckt um ihre Oberlippe. Sie sehen die Liebe und vor allem das Weib als etwas Feindseliges an. Etwas, wogegen sie sich, wenn auch vergebens, wehren, dessen Gewalt sie aber als eine süße Qual, eine prickelnde Grausamkeit fühlen. Eine echt moderne Anschauung. Sie teilen sie nicht? Ich teile sie nicht. Mir ist die heitere Sinnlichkeit der Hellenenfreude ohne Schmerz ein Ideal, das ich in meinem Leben zu verwirklichen strebe. Denn an jene Liebe, welche das Christentum, welche die Modernen, die Ritter vom Geiste predigen, glaube ich nicht. Ja, sehen sie mich nur an. Ich bin weit schlimmer als eine Ketzerin. Ich bin eine Heidin. In der Natur liegt nur jene Liebe der herrischen Zeit, da Götter und Göttinnen liebten. Damals folgte Begierde dem Blick, folgte Genuss der Begier. Alles andere ist gemacht, affektiert, erlogen. Durch das Christentum, dessen grausames Emblem, das Kreuz, etwas Entsetzliches für mich hat, wurde erst etwas Fremdes, Feindliches in die Natur und ihre unschuldigen Triebe hineingetragen. Der Kampf des Geistes mit der sinnlichen Welt ist das Evangelium der Modernen. Ich will keinen Teil daran. Ja, ihr Platz wäre im Olymp, Madame. Aber wir Modernen ertragen einmal die antike Heiterkeit nicht. Am wenigsten in der Liebe. Die Idee, ein Weib mit anderen zu teilen, empört uns. Wir sind eifersüchtig wie unser Gott. Wir ziehen eine dürftige, blasse, hohlbeinsche Jungfrau, welche uns allein gehört, einer antiken Venus vor, wenn sie noch so göttlich schön ist, aber heute den Anchises, morgen den Pares und übermorgen den Adonis liebt und wenn die Natur in uns triumphiert, wenn wir uns in glühender Leidenschaft einem solchen Weibe hingeben, erscheint uns dessen heitere Lebenslust als Dämonie, als Grausamkeit. Und wir sehen in unserer Seligkeit eine Sünde, die wir büßen müssen. Also auch sie schwärmen für die moderne Frau, für jene armen, hysterischen Weiblein, welche im Sumnambulen jagen nach einem erträumten, männlichen Ideal den besten Mann nicht zu schätzen verstehen und unter Tränen und Krämpfen täglich ihre christlichen Pflichten verletzen, betrügend und betrogen, immer wieder suchen und wählen und verwerfen, nie glücklich sind, nie glücklich machen und das Schicksal anklagen, statt ruhig zu gestehen, ich will lieben und leben, wie Helena und Aspasia gelebt haben. Die Natur kennt keine Dauer in dem Verhältnis von Mann und Weib. Gnädige Frau! Lassen Sie mich ausreden. Es ist nur der Egoismus des Mannes, der das Weib wie einen Schatz vergraben will. Alle Versuche durch heilige Zeremonien, Eide und Verträge, Dauer in das wandelbarste im wandelbaren menschlichen Dasein, in die Liebe hineinzutragen, sind gescheitert. Können Sie leugnen, dass unsere christliche Welt in Fäulnis übergegangen ist? Aber der Einzelne, der sich gegen die Einrichtungen der Gesellschaft empört, wird ausgestoßen, gebranntmarkt, gesteinigt, wollen Sie sagen. Nun gut, ich wage es, meine Grundsätze sind recht heidnisch. Ich will mein Dasein ausleben. Ich verzichte auf euren heuchlerischen Respekt. Ich ziehe es vor, glücklich zu sein. Die Erfinder der christlichen Ehe haben gut daran getan, auch gleich dazu die Unsterblichkeit zu erfinden. Ich denke jedoch nicht daran, ewig zu leben. Und wenn mit dem letzten Atemzuge hier für mich als Wander von Dunayev alles zu Ende ist, was habe ich davon, ob mein reiner Geist in den Chören der Engel mitsingt oder ob mein Staub zu neuem Wesen zusammenquillt? Sobald ich aber, so wie ich bin, nicht fortlebe, aus welcher Rücksicht soll ich dann entsagen? Einem Manne angehören, den ich nicht liebe? Bloß deshalb, weil ich ihn einmal geliebt habe. Nein, ich entsage nicht. Ich liebe jeden, der mir gefällt und mache jeden glücklich, der mich liebt. Ist das hässlich? Nein, es ist mindestens weit schöner, als wenn ich mich grausam der Qualen freue, die meine Reize erregen und mich tugendhaft von dem Armen abkehre, der mich verschmachtet. Ich bin jung, reich und schön und so wie ich bin, lebe ich heiter dem Vergnügen, dem Genuss. Ihre Ehrlichkeit entzückt mich und nicht diese allein. Was wollten Sie doch sagen? Was ich sagen wollte, ja, ich wollte, vergeben Sie, meine Gnädige, ich habe Sie unterbrochen. Wie? Eine lange Pause. Sie hält gewiss einen Monolog, der in meiner Sprache übersetzt, sich in das einzige Wort Esel zusammenfassen lässt. Wenn Sie erlauben, gnädige Frau, wie sind Sie zu diesen, zu diesen Ideen gekommen? Sehr einfach. Mein Vater war ein vernünftiger Mann. Ich war von der Wiege an mit Abgüssen antiger Bildwerke umgeben. Wie andere in ihrer Kindheit den Däumling, Blaubart, Aschenbrödel nannte ich Venus und Apollo, Herkules und Laokoon meine Freunde. Mein Gatte war eine heitere, sonnige Natur. Nicht einmal das unheilbare Leiden, das ihn nicht lange nach unserer Vermählung ergriff, konnte seine Stirne jemals für die Dauer umwölken. Noch die Nacht vor dem Tode nahm er mich an sein Bett und während der vielen Monate, wo er sterbend in seinem Rollsessel lag, sagte er öfter scherzend zu mir, Nun, hast du schon einen Anbeter? Ich wurde schamrot. Betrüge mich nicht, fügte er einmal hinzu, das fände ich hässlich, aber suche dir einen hübschen Mann aus oder lieber gleich mehrere. Du bist ein braves Weib, aber dabei noch ein halbes Kind, du brauchst Spielzeug. Es ist wohl nicht nötig, ihnen zu sagen, dass ich, solange er lebte, keinen Anbeter hatte, aber genug. Er erzog mich zu dem, was ich bin, zu einer Griechin. Zu einer Göttin? Zu welcher etwa? Zu einer Venus. Am Ende gar zu einer Venus im Pelz. Warten Sie nur. Ich habe einen großen, großen Pelz. In der Zentrums. Ich bin an der Wald, aus der Flur. Ich bin einhübschen. Ich bin einhübschen. die Sorge zu erobern zu. Was ist das? Auf geht's? Wie ist Ihre Aufklärung? Und zwar zwei, Was ist ein Das?